Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zurück hier bei Scrap Mechanic, unserer Challenge. Der Helm tritt gegen mich an. Servus! Mahlzeit! Jetzt guckt euch mal hier an. Beim letzten Mal hat er gelacht über meine Düsen. Und was ist hier? Hört da überall Stinkefüße hin oder was? Was soll das sein? Soll ich mich da zu Tode dran riechen und umfallen? Das ist es. So ist es. Das ist die Geheimwaffe. Riech mal dran und dann kippst du um. Das geht doch um umwerfen oder nicht. Ja, aber wie? Was hat er denn da? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Hat er Winkel dran gemacht? Da weißt du gar nicht. Ah, die drehen in verkehrt Richtung oder? Gibt gar nichts. Mal schauen. Also ich lasse das jetzt mal runter. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, dann lassen wir runter. Das soll ich sehen. Also erstmal hältst du. Wie hat er noch Gewicht dran gemacht? Nee, Gewicht jetzt nicht unbedingt halt. Warte, die sind doch Medium. Die sind Medium-Wide. Was heißt Gewicht? Wir haben gesagt, die Winkel können wir verwenden. Naja, stimmt. Und ich habe sie nicht übermäßig verwendet. Ich hätte ja auch das ganze Ding dreieckig bauen können. Ja, hast du schon. Ist schon. Such hier nicht in der Krütze. Du hast da sowieso den Cheat Nummer 1 gebaut. Hab ich überhaupt nicht. Also den Cheat nicht. Das liegt ja eindeutig an deiner schlechten Formulierung. Ja, also Verträge müssen wir eindeutig eingehen. So, das steht ja schon mal fest. Und wenn du sagst, Düsen benutzen. Und nimm dein Moppet da, deinen komischen Tisch und dreht an wie ein Mann. Ohne Düsen. Wisse. Mit deiner Fehlformulierung bin ich jetzt bestraft. Wo ist es? Oh, es lenkt sich wie ein Eimer voll Scheiße. Es lenkt sich überhaupt nicht. Warum lenkt sich das überhaupt nicht? In die eine Richtung? Lenkt es nicht. Äh. Ja. Das ist fies. Okay, dann auf los geht's los. Moment. Du hast mich sabotiert. Ich sehe das. Was? Das war eindeutig verbunden hier. Was habe ich gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Hier war verbunden. In der letzten Folge habe ich das alles verbunden gehabt. Ich habe nichts sabotiert. Jetzt hat er da sein Fahrzeug verbessert. Nee, ich habe sowieso ihn wegschlusset. Bäh. Bäh. Okay, also das wird lustig. Viel Spaß. Wir treten an. Ich muss auch noch wenigstens sagen. Alter, mit den latierten Lenkungen. Weiß du das? Ich steig ein. Oben Hund. Herr Ramin. Maren Platz. Was nicht gebaut? Harte. Da fände ich mir nicht drüber. Was macht er denn? Der Lenk ist. Oh, Kreuz. Alles gut. Harte. Nichts. 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 Nein, nein, nein. Nichts. 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 Ja, der hat sich da verfangen. Nichts. 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 Oh Mann. dieses dumme das ist doch schon wieder ne bug da außerdem hab ich tierischen Leck ja ich hab auch irgendwie ich hab auch nur 6 FPS gerade dein Fahrzeug macht da gerade Leck ja ehrlich ich versuch da mal hinzukommen huch ne jetzt wo ich ausgestiegen bin ist der Leck weg komisch wir sind jetzt kaputt die hat auch 6 FPS ich steig nur mal ein wieso fährt das scheiß Ding denn los ich hab's doch verbunden das ist verbunden das ist verbunden ne es war nicht verbunden es war nicht verbunden na gut ich lass das gelten ich lass es gelten da nicht verbunden ich lass es gelten ich hab ja auch meine eine Lenkung da rein verbinden okay dann komm wir gehen mal so ein bisschen auf Abstand und äh okay aber meins fliegt sowieso um ja meins hätte auch wie ein Aufenscheiß das ist hier aber auch was nicht verbunden gerade bei mir sie kann nicht lenken das verstehe ich warte mal kurz wo stößt du denn an ach das ist das hat sich dadurch wahrscheinlich disconnected okay ich glaub ich hab den Fehler gefunden okay gut was ist los nix nix alles in Ordnung ach ich konnte auch nicht richtig lenken es ist wir haben wir haben einen Schrottmoppel oh man man scrappt mich ja nix heißt nicht umsonst so okay dann nochmal neu ja ich hab ne invertierte Lenkung okay dann auf 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 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 6 5 6 5 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 6 5 5 6 6 6 5 5 7 7 9 Das ist doch Mist! Aua! Lass das! Oh, was ein Krach hier, ey! Ich muss mal den Sound anders stellen! Komm, ram mich nochmal! Lass dich nochmal umwerfen, oder was? Ey! So! Mist, das hätte ich am Anfang machen müssen. Sabotage! Mich aufbocken, drunter fahren und dann runterfallen. Genau! Den kannst du nicht umwerfen! Das ist... Das ist so heftig! Ja doch, die könntest du schon umwerfen, wenn wir alle so einen richtigen, anständigen Mechanismus gemacht hätten, womit man irgendwo mal irgendwas rausfährt oder so, dass jemand richtig eine Rampe auf einmal vor die Nase gesetzt wird. Was sollen deine Füße da? Ja, eigentlich sollten die Düsen... Ich verstehe gerade nicht, dass die sich zu wehr sind. Eigentlich ist meine Idee... Es sind ja zwei Gelenke, wie du siehst, ne? Und eigentlich ist meine Idee, dass die Düsen die Füße nach vorne stoßen. Nach vorne stoßen. Achso! Ne, es sind ja Gelenke da drin. Die Gelenke habe ich nur stabilisiert mit einem Controller. Normalerweise sind die Controller ja so schwach... Normalerweise sind die so schwachbrüstig, dass man da eigentlich dachte ich gegensteuern könnte, aber... Ne, die halten es fest. Die halten es fest. Ich dachte, die steuern gegen, weil... Das ist mein Problem. Dadurch habe ich jetzt nichts, womit ich irgendwie was aushebeln kann. Ich muss da mal gucken, ob man das... Dann muss ich mit Controllern arbeiten zum Umwerfen. Das kriege ich auch irgendwie hin. Also da werde ich jetzt was Neues bauen. Ja. Ich gebe dir nur einen Rat. Mit Controller wollte ich auch arbeiten. Ja. Wie willst du ausprobieren, dass der Controller in die richtige Richtung dreht? Das kannst du nicht. Du darfst das Ding nicht vom Stapel lassen. Wollen wir es doch machen? Ja, ich meine, so einen Mechanismus einzubauen wäre ja... Also ich meine, andererseits, du siehst es. Ja, wenn du guckst... Du siehst ja, wie rum was dreht von diesen Gelenken. Ja. Dann weißt du ja, in welche Richtung du den Controller drehen lassen musst. Ja, wie sie meinen. Also gehen tut es. Es ist nur ein Risiko, dass dann am Ende doch irgendwo du dich verguckt hast oder so. Das ist natürlich klar, ja. Okay. Sagt bei den Controllern. Die machen ja, was sie wollen. Bei den Controllern. Eieiei. Eieiei. Also 1 zu 0. Ach. Verdammt. Komm, mach mal eine Viertelstunde Nachbesserung, okay? Eine Viertelstunde, okay. Ja. Dann müssen wir erstmal zurückbringen, das Teil. Dann noch in dieser Folge noch einmal rammen und einmal Nachbesserung. Dann haben wir vielleicht schon die Entscheidung. Also, bist du aufgebockt? Dann treffen wir uns wieder bei der Hupe. Ui, meine Düsen muss ich abbauen. Ja, muss abbauen. Muss grünwechseln am Dach. Na gut. Okay. Höp, höp, höp. Okay. 15 Minuten. So, los geht's. Los geht's los, genau. Weiß optimist. Ab. So. So. Also, da brauchen wir was besseres. Wie machen wir's? Wie weit dürfen wir drüber raus? Über das Ziel quasi? Na ja, das bleibt so. Mit irgendeiner Vorrichtung. Also maximal 2 Blöcke, oder was? Ja, okay. 2 Blöcke. Die Vorrichtung darf maximal 2 Blöcke rüber. Okay. Weg, der Mist. Weg, der Mist. Weg. Weg. Das. Mach ich auch weg hier. Da kann man ja gar nicht lenken. Verdammt. So. Nützt ja nix. Weg, weg. Weg. So. In Richtung. Prima. So. Und jetzt machen wir's anders. Jetzt machen wir hier. So. Genau. Ich sehe auch jetzt gerade nochmal. Das machen wir nochmal. Eh. Neu. Ich muss das hier in Ausgangsstellung bauen. Das ist ja das Problem an der Sache. So. 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 Okay. Schneller. Ich hab nicht viel Zeit. Hm. What? Echt schwierig. Warum hat er das nicht gemacht? So. Dann. Dann. Mal zwei drüber raus, haben wir gesagt. Okay. Eines drüber raus. Jetzt haben wir das. Okay. So. Und dann das. Mensch! Geht aus dem Weg, du Ding. Das machen wir noch anders. Moment, das machen wir noch. Das war... Weiß, das ist zu lang. Nicht schimpfen. Ich kürze das noch. Ich kürze das noch. Ich kürze das noch. Zwei. So, da. Eins. Zwei. Eins. Null. Eins, zwei. Weg. Mal weg den Mist. Weg. Ich hab keine Zeit für so einen Quatsch. Na, 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 na. Weg. Wo hab ich denn jetzt die? Die sind ja weg. Die brauchen wir wieder. Dreh, 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 dreh. Dreh dich doch. So. So. Das dahin. Das drehen. So, jetzt dann nochmal. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und dann... So. So. Eins, zwei. So eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Das fällt mir nicht ein. Äh. Schneller. 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 So. Jetzt muss ich das nach unten drehen, logischerweise. Ja. Das mach mal. So. Egal. Alter. Also die Idee ist, dass das nach unten geneigt wird, jetzt gleich durch den Controller, dass das mehr so darunter geht. Darum hab ich sie grad ein bisschen höher gebaut auch. Und, äh, dann vielleicht eben... Du mach doch schon. Ah. Ach. Ihr wisst schon. Was hab ich jetzt gemacht? Äh, verkehrt. Kann ja gar nicht funktionieren. Ochse. Ey, du bist ein Esel. Da noch? Nein. Ist das eins drüber oder ist das zwei drüber? Das ist bereits zwei drüber. Geh weg. Zack. Bereits zwei drüber. Das ist aber schade. Komm, Bau da dran. Ach, unten hätte ich's verlängern müssen noch. Naja, gut. Okay, wir machen jetzt erstmal hier den Block. So. Geht's noch tiefer, das Ding? Nee. Okay, dann muss ich hier hoch. Und dann, da war er schon. Verdammt, jetzt hab ich überdreht. So. Oh, der Düsen nach unten, weißt du das? In seiner Verzweiflung. Das ist wirklich arm gewesen. Das ist wirklich arm gewesen. Nein, nein, nein. Das lag an der mangelhaften Formulierung. Du hast gesagt, dürfen wir düsen. Mangelhaft? Du legst auch einfach alles zu deinen Gunsten da irgendwie raus. Nein, nein. Ich benutze halt das, was mir vertraglich gegeben wird. Ja, 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 ja. So. Okay. Ist klar. So. Das brauche ich auch hier. Ich habe das einfach übertrieben, dass es aufliegt. Dann ist es wurscht. Es liegt halt auf. So viel Grad kann es gar nicht. Aber ist egal. Das ist die Grundeinstellung. Von Anfang an sozusagen. So. Und dann müsste ich über den Knopf, wenn ich den da jetzt anschließe, das ja eigentlich dann auslösen, dass es sich dann, genau, das ist die Grundeinstellung. Und wenn ich Knopf auslöse, dann dreht sie es. Ist egal. Hoch. Hier hinten können wir auch noch was bauen. Und anschließend wieder runter. Oh, mehr. So. Dann müsste ich das ja wieder zurückdrehen in der Theorie. So. Also. In die Richtung. Bäh. Und Einstellung. Dann durch Knopfdruck dreht sie es in die Richtung. Und anschließend wieder zurück in die Ausgangsstellung. Eigentlich soweit gut. So. Was ich jetzt noch machen muss, ist hier Lenkung invertieren. Das war ja verkehrt. So. Und dann habe ich eigentlich hier hinten ein bisschen weniger, glaube ich. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen. Du hast noch 9 plus 15. Also eigentlich sind wir durch. 9 plus 15? Ach nee, 9 plus 15. 10 Minuten. Ja, ja, ja. 10 Minuten. Ist klar. Alter, was soll ich denn 10 Minuten lang machen hier? Nasenpupeln. Okay. Keine Ideen hast. Selbst schuld. So. Oh, die zweite Waffe. Gut, wie war denn das Problem jetzt hier, dass das nicht so gut gelegen ist? Das ist natürlich durch die fehlende Federung und dergleichen. Aber das jetzt reinzubauen, das geht nicht. Aber ich könnte ein bisschen mehr hier noch drauf bringen. Geht gar nicht. Da ist schon wieder der Hase im Pfeffer. Da regt mich schon wieder auf. So. Achso, das macht er nicht. Stimmt, weil er ist ja aufgewockt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Blau ist diese Richtung. Hier ist es andersrum. Zack, 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 zack. So, das hätten wir auch. Eigentlich müsste ich es hier noch ein bisschen hochbauen. So, jetzt ist es beide gleich. Das wäre jetzt hier. So. So. Das wären echte Ungetüme wieder. Ja, das wären Ungetüme. so dass da drin so symmetrisch ich weiß nicht mehr ich müsste passen so das ist mal das haben hey das ding das gibt was das haben wir so heiliger wenn ich das nach unten mal ist es wird hoffentlich klappen so jetzt müsste ich nur überlegen dass ich hier hinten eventuell auch noch so was habe die müssen 45 das in alle richtungen zu hoch ausragen oder nur einmalig zu hoch ausragen von mir sind alle in alle ok wollte ich nur mit irritieren nein das mache ich nie meine geheimwaffe das gibt meine geheimwaffe drei ein weiter in richtung rot also in richtung rot nicht minus das mega so so das ist doch quatsch totaler quatsch helm totaler quatsch wirklich 0 0 ok was habe ich sind die müssen noch da sind hoch synchron kann das überlaufen zu hoch die müssen die müssen nach hier drehen auch auch 90 johol alter vater ist das wieder übel was wir hier machen müssen und die müssen noch hier drehen im blau sag wieviel minuten haben wir noch weiß ich nicht ich muss gucken keine zeit ach ja ach ja das sind mir die richtigen selbst gucken fünf minuten ja ja so da bin ich mir gespannt ob das funktioniert ich lasse es so glaube ich aber angst das wird bestimmt wieder ein selbst fabrizierter schrott ihr das auch das kann gar nichts geben das ist zu viel ab weg hier weg das muss reichen ich habe Angst ich habe Angst nicht nur du nicht nur du das muss weg nein fällt es ab natürlich fällt es ab vollidiot also man darf nur zwei herausragend ich habe schon die idee für die nächste runde die letzte runde das mache ich auch für letzte runde hast du eine idee ja jetzt ist nur zu spät wie viel habe ich was noch neun noch zwei minuten ja 9 15 sind 5 5 24 24 zwei minuten nicht daran an den controller sollst du ich bin gespannt so jetzt soll es in richtung rot in richtung rot und dann hat es dieselbe funktion in richtung rot so rum ok dann hat es dieselbe funktion wie hinten noch nie ok der controller ist jetzt mit der schalter angesteuert der schalter ist angesteuert dadurch dass es ein lenkt das ist angesteuert alles gut so ok habe ich noch oder nicht noch ich habe nur für mich gesprochen das ist zu viel nicht zu viel aber ich habe ich mich eben da ich habe ihm verloren nur weil ich zu schnell war mit dem ding so ich auch so dann na egal ich verliebe würde da kommt schon um die ecke gucken natürlich kommt um die ecke gucken was soll man denn diesmal bedüsen ok das wird in der wasser gott alter was ja genau muss ich angst haben oder muss ich lachen ich weiß es noch nicht so ganz was wird das denn die dinger was hat denn die düsen da zu tun wie ein gabelstapler die gehen runter und dann werden die nach oben hinweg katapultieren aha ja 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 was hat er denn gebaut denn das ist ein ufo ach da kommen tausend von den dingern was ist das ja das hinten funktioniert nur nicht wie es soll er hat seine Karre ultra schwer gemacht ach ne ja ja auch so ultra schwer ist es nicht aber aber du hast du hast dafür düsen da drauf die habe ich wieder weg bei mir und bewegten die sich das als aber warum bewegen die sich da hinten nicht die sind an den selben controller angeschlossen die müssen eigentlich genau dasselbe machen ne der macht gar nix hier der hat mir gedacht schrottermobil warte jetzt kommt man guck mal guck mal du wirst gleich staunen du wirst gleich staunen wenn wir das sehen oh ja sehr gut so und du wirst auch staunen warte mal komm schon schmeiß dich um ach so es geht so groß ich dachte wir machen jetzt mal wieder Aufstellung ja dann wach mal egal ich bin fertig in der linken Ecke meine Damen und Herren ja na 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 ich kann meine kurzen zu nicht zünden ok ich hab noch einen Versuch nein ich hab noch den Versuch geheimen Waffe hab ich ja auch noch so ich bin soweit jo dann 3 2 2 1 und go oh 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 Vorsicht oh er fällt schon weg er hat schon Angst er kann nicht lenken mit dem Ding ab du glaubst du na Uhr auch so zündung ja er hat er hat er hat er hat er hat er hat Doch das zählt. Das zählt nicht. Moment. Du kannst nicht mehr fahren. Verdammt. Du kannst nichts mehr. Was? Was? Nein. Was? So. Ich hätte dich umschmeißen können. Ja hast du nicht. Selbst schuld. Du hast gedacht. Ja hast du gedacht. Was ist das? Hast du nicht meinen Aufstieg gesehen? Was? Was ist das? Was zählt? Nee muss man wirklich auf dem Dach legen oder? Ja hast du mich umgeschwissen? Nein. So. Na mach. Komm her. Oh. Auffass. 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 Jetzt. Ran. 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 Und jetzt. Ibi. Ja. Runter. Mann. Das funktioniert nicht. Ja. Da hängt er schon da. Nein. 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 Ausfahren. 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 Aus. Hütze. Was ist das? Was ist das? Nein. Zurück. Zurück. Oh. Oh. Fehler. 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 Mist. Das ist hier. Oh. Hilfe. Warte. Weg. 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 Jetzt. Da hat er. Ah. Huch. Bin ausgestiegen. Oh. Ausgestiegen. Warte. 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 Ich hab doch das den eh gedrückt. Du musst zugeben. Mein Auto ist voll wieder sehr lustig. Wir haben mein Auto. Guck mal. Das ist wieder unmöglich. Das ist das Ding wieder gemacht hat. Das ist. Du hast doch nicht gewonnen. Du hast doch nicht gewonnen. Ich pack dich mit dem Greifer. Jetzt schmeiß dich um. Jetzt. Gib ihm. Ich bin schon wieder abgestiegen. Guck mal. Das ist. Du bist zu schwer. Ich kann mich gar nicht hochheben. Nein. Ja. 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 Weiter. Weiter. Kannst du nicht mehr. Los. Düse. Tu deinen Job. Ah. Aus. Warum ist eigentlich bei mir vorne was kaputt? Huh. Wir sind da vorne bei mir. Das geht doch auch nicht was da passiert ist. Was ist denn da bei dir passiert? Ja. Der Arm ist ab. Der Arm ist ab. Das war ein Kratzer. Das geht auch nicht. Ist er nicht. Ja. Komm schon. Du Königverschnitt. Nein. 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 Oh. 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 so gibt es kein Prozent der Bequotor ist stärker sie geht ich bin eigentlich die dort ein Ziel zu weit der Tat ein der Weg geht es da mit dem das war dein Arm anheben was warum weil wir nicht auseinander kommen mehr kann ich wir sind verkeilt wir haben unsere Fahrzeuge endlos enteinander verkeilt ich hab dich aufgespießt ich hab dich aufgespießt siehst du ja irgendwie ja irgendwie hängst du in den Wind ich hab dich durchbohrt wenn ich schon nicht umgekehrt habe ich den Wegs durchbohrt nein aber jetzt nicht ne hey ich versuche ja nur da irgendwie geht nicht wir müssen glaub auf unsere Fahrzeuge auseinanderknoten der Helm ist hilft nicht ja ich glaube auch also gut Einigung auf unentschieden der sich für uns auf unentschieden dann bin ich jetzt 2 zu 1 hast du das gesehen da hätte sie nicht mit gerecht ne ja aber warum hat sich hier meiner total jetzt ist er wieder richtig aber da hat sich auch ein Arm vom anderen getrennt gehabt guck mal bei mir ist wieder dank Scrap-Mechanik guck mal ist der Arm durch den anderen Arm durchgeschlagen ja 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 siehst du es bei mir hier auf der Seite ist das was für ein Mist Scrap-Mechanik-Logik ja das war ja klar dass die Dinger hier ne wenn die Dinger einmal ausgelöst sind dann kann ich es ja nicht wieder zurück machen und dazu musste ich ja eine Apparatur machen die da die wieder laden guck mal jetzt passt es doch wieder wo wie hast du das gemacht ja lass nur mal den Chef ran hast du einfach nur hingestellt genau aber die Dinger haben auch nicht so funktioniert wie ich das wollte da irgendwie haben sie ne da hinten bei mir hat überhaupt nicht funktioniert den wollte ich eigentlich auch haben aber das geht nicht so steht 2 zu 1 eigentlich habe ich gewonnen aber die 2 zu 1 ah die erste Runde habe ich gewonnen und die Runde nicht unentschieden ja das ist 1 zu 0 würde ich sagen das ist noch gar nicht ja nö ein Punkt für den unentschieden und 2 Punkte oder ach so 2 zu 1 ja wenn ich jetzt noch gleich ziehen würde in der dritten Runde ja weil es gibt ja nur 3 also es ist ja eigentlich best of 3 wir haben erst 2 gemacht und dann einmal nachgebessert ja also ich finde also eigentlich habe ich gewonnen einfach gut jetzt auch noch bescheißen auch noch ja best of free heißt zweimal nach besser wie oft haben wir nachgebessert toll dass du drei Punkte gegeben hast wir machen uns die Welt wie die wie sie uns gefällt ja wie viel langstrumpf ich weiß so ein schönes Motto aber dann kriegt der Helm noch eine Chance aber eigentlich weiß er ja dass er keine hat aber er tut jetzt halt so warte ja warte 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 er tut jetzt halt so als als gäbe es da eine eh gut das geht gar nicht der kriegt das noch nicht mal angehoben das Teil ist so schwer oh Frieden Junge das Teil ist so schwer das kriegt der überhaupt nicht angehoben dann oh damit ich mich überschlage nein das Teil ist so schwer das kriegst du nicht mal mit Düsen angehoben allein durch die seitlich die Dinger weg Medium okay nehme ich die hier weg da so die Düsen da richtig aber ganz abgesehen davon hast du mich fast gehabt guck dann mache ich das so okay das ist aber schon viel Gewicht weg und auf der anderen Seite auch na gut komm ich weiß nicht ich halte das für das ist kein unter das kriegen wir nicht hin das kriegen wir hin das kriegen wir hin die zwei Dinger hier ich hab dich fast auf dem Buckel gehabt also es ging fast bei dir und du hast so viel weniger Gewicht auch nicht möchte ich mal sagen die Düsen liegen richtig ja und du hast auch diese diese Dreiecke da ja also so viel weniger Gewicht einmal rundherum vorne gar nichts was guck mal hier die Schilde die sind ja wohl guck dir das Ding an da ja aber du hast dafür Düsen also ne und die Düsen liegen heavy und das ist nur light die Düsen liegen heavy? ja Düsen sind heavy light sind die mein Freund light light oh ja ja dann selbst schuld ah ah hier der nächste das gemacht was wir auch sagen das Ding wird nur aus Holz gebaut keine scheiß Dreiecke aus Medium dann hätte ich dich nämlich umgeschwissen mit meinen Düsen jawohl er hat den schön unten drunter gepackt und hat den angehoben ja aber ohne die Dreiecke wäre das auch nicht gegangen dass du mich angehoben hättest da wärst du mich nicht drunter gekommen na klar komm ich drunter ohne Dreiecke ja natürlich komm ich ja pass auf nur zur Demonstrationszwecke hier warte aufpocken ganz kurz noch zack da hinten Esels Ding da so pass auf hep 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 ab dann zeig mal her ja ich muss wende mal her rein mein er steht ohne oder steht er auf Ding ne ok also so jetzt heb an ja das geht ja eben nicht ja aber du kommst dann ja so ganz langsam aber in der vollen Fahrt kommst du da nie drunter ohne Dreiecke natürlich im Vollspeed natürlich genau never never du schiebst du kommst da nie ohne Dreiecke runter ich bin doch schon drunter ach ja das zählt nicht ja ja du kriegst ja null angehoben mit zwei Dinger nicht ja 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 aber das ist auch das ist eigentlich auch nicht erlaubt das möchte ich mal sagen was denn wer hat das gesagt ne das haben wir das haben wir schon in einer der ersten Folgen gesagt dass wieder Aufsteller und so damit die ausfahren und so weiter nicht erlaubt sind ja das an für sich diente das nicht also ganz ehrlich gesagt äh sollte das so funktionieren die Dinger gehen hinten hättest du diese Dinger nicht gehabt hättest du die letzte Runde verloren hätt aber ruhig wir diskutieren das nochmal aus wir sehen uns in der nächsten Folge nein ja guck mal an für sich sollten die Dinger auf den Boden gehen und der sollte sich nicht so dahin stellen ja und dann hast du deine Fläche vergrößert nein hör doch mal zu lass dich doch mal ausreden verdammt nochmal so die Dinger hier sollten wir nach hier weiter zeigen und wenn du dann hinten drauf fährst dann schalt dich um und dann hebt er dich hoch ja damit vergrößerst du aber deine Fläche da fährst du dir einen Flügel raus der Helm arbeitet mit allen Methoden die einfach nicht erlaubt sind das ist so unglaublich ach komm na das ist doch ne Frechheit also wir brauchen wir brauchen wirklich die nächste Regeln die in Stein gemeißelt sind ja da müssen wir uns das ist aber auch wirklich also wenn du so ausnutzt hier ja was denn was denn was denn die du so ausnutzt du hast gefragt ob du ein paar Dreiecke dran machen kannst da baut er hier gigantische Schilder wir haben extra gesagt bau aus Holz natürlich baut er aus Holz und den Rest baut er hier aus dem Heavy Graben hier guck mal die Scheiß überall röhren überall röhren macht's gut bis zum Tschau da habe die Ehre tschüss Bis zum nächsten Mal.